Willkommen zurück zu Heroes of the Storm Heldenliga, mit dabei wieder der Dungsa. Hallo. Jetzt warst du schon wieder leiser, geht doch gar nicht. Was? Was ist jetzt schon wieder? Vielleicht warst du gerade nicht richtig am Mikro, aber du hast es ja recht daneben. Was soll ich jetzt sagen? Ich hab das im Mund hier drauf. Warte mal. Theoretisch, kurz mal eine Einstellung. Eigentlich passt alles. Also noch höher. Mach mal mal zu. Vielleicht hab ich auch nur für Arschung der ganze Zeit geflüstert. Das wird auch sein. Das nehme ich mal an. Ganz stark bei dir. Nee, ist doch wahr. Als ob ich sowas machen würde. Hm, 24-7. Ja klar, als ob ich irgendwelche Aufnahmen versauen würde. Welche Angekündigungen, äh, Grüßungen. Warte mal, da hat mal letzte Woche glaube ich was gehabt. Ich weiß nicht, was nicht, worüber du redest. Aber die Woche ist ja, äh, klar war mit der Abmoderation dran. Echt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, das hab ich auch noch aufgenommen. Okay. Ach ja. Ich krieg das Geräusche nicht mehr raus. Ja, vor allem das hab ich drauf und danach wie du noch anfängst zu feixt. Das hab ich jedenfalls oben. So, ich werd mal ein Schluckchen nehmen hier gerade. Oh, Mann, Mann, ey. Das wird zu laut. Ja. Gut, dass ich wirklich mal ne Flasche aufmache nix, weil ich ohne Kohlen so getrinke. Ja. Ich trinke wild durcheinander. Na gut. So. Ich werd dann heute wieder streamen. Ja. Ich hatte bloß irgendwie gar keine Zeit, ein Ankündigungsvideo dazu zu machen. Mach doch schnell. Ja. Sicher geht das schnell aus meiner Zeit. Mach, 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 mach. Das stell ich nicht so an. Wißt du schon was, ob nächste Woche Ragnaros kommt? Keine Ahnung. Wie jetzt? Glaube aber nicht. Ne, das sind aber schon zwei Wochen jetzt her, seit Varian kam. Ja, das dauert aber immer so zwei, drei Wochen. Naja. Und im Regelfall müsste eigentlich jetzt, äh, Raggi kommen. Eigentlich. Eigentlich. So, was ist hier aber, Danksa. Eigentlich wär ich auch schon zehnmal zwei, aber, ne? Ja, mit deiner sechsten Promo nachher. Hey, 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 hey. Da kann ich auch nix für. Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Ja, süß. Ja. Ist doch nix. Solch ein Spiel möchte man öfter. Ja, klar. Ich möchte nicht aufsteigen. Ich möchte gerne so bleiben. Entschuldigung. Damit du weißt, wo du stehst. Ja. Ich weiß, wo ich stehe. Hm, auf Silver 3, momentan. Nur in diesem Spiel. Und in den Nachfolgenden auch noch? Nein, das stimmt nicht. In dem anderen Spiel bin ich Gold. Aha. Wie lange geht eigentlich die Season hier noch? Ähm. Also die Season von, ne? Heute glaube ich, die gehen ein halbes Jahr sogar, würde ich fast meinen. Echt? Also lange dürfte es nicht mehr sein. Der Balken ist ja schon fast am Ende. Hm. Eben deshalb. Also ich bin der Meinung, die gehen ein halbes Jahr fast. Na, wann war denn eigentlich, äh... Hot Season 2. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hot Season 2. Ähm. Vielleicht noch Beginn hinschreiben. Oh. Schlachtfeld. Yay. Ja, kann ich jetzt nicht mehr gucken. Oh Gott. Und langsam muss wieder. Bun hab ich gehört. Mh 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 mh. Mh 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 mh. Mh 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 mh. Das ist ganz seltenes. Schlachtfeld der Ewigkeit. Ui, war ihr? Ja, den kann man mal raushauen. Aber nun mal. Schlachtfeld der Ewigkeit. Ich hab keine Ahnung, was ich spiel soll. Hab ich auch nicht. Oh, ist gut. Da will jemand eine Sylvanas spielen. Hm. Och ne. Was hilft denn der? Ja, ich mag den nicht. Ganz so. Ähm, Machen? Ne ne ne, ich mein hier diesen Medivh. Medivh? Äh. Medivh. Ich glaube, keine Ahnung. Gut, was spielen. Sehr schön. Ja, keine Ahnung, es geht Medivh. Gut, dass irgendwas stunken kann. Bubadin. Ich spiel Seratul. Ich wüsste nicht, was ich spiel. Scheiße. panik panik ich werde ballern wir haben glaube ich sehr gut überarbeitet oder weiß ich nicht ich habe den von den von den skills ich habe den zeit einiger zeit nicht mehr gespielt war ja mal vielleicht nein was unsichtbar ist teilweise auch nämlich von den eigenen mitspielern ist ja normal ja ich hab das halt so irgendwie für irgendwie manchmal das ist komisch jetzt bin ich mal gespannt was er bannen tut auch die im schlachtfeld naja es geht eigentlich noch okay krass ja ja gut dadurch dass mediv gewählt haben bietet sich eine tyranne schon an war ja klar da wäre jetzt vielleicht ich weiß nicht dass er da ja schwachsinn das ist immer so die sache wenn ich viele auto enttäckte haben dann würdest du von profitieren und das war es auch ja weil ich ja mein match dass er da genommen hatte und wollte eigentlich rollen trollen wenig und da hatte der gegner tyranne gepickt was wollte ich eigentlich tollen nimmst du dir so was scheiße hier verlierst du eh nimmst du das aber einen scheiß trick ja da haben wir noch gewonnen das hatte ich glaube ich auch irgendwo aufgenommen ich habe aber inzwischen auch eingestuft ne ja hat er mir erzählt er ist auch selber fünf klar die olle grunzgurke und der mann zweit und den overwatch mit der bronze vor allem ziemlich spät mit seinem einen ranken in den hots ja ein bisschen ne leicht dezent aber mal gut dass er es gemacht hat weil wenn die season vorbei ist kriegt er noch eine belohnung ja gut nicht viel aber etwas ne also ich glaube 2000 gold ist dazu auf silber oder 1.900 was ist echt so viel oder sogar nur 1.000 egal war das nicht was mit 500 oder so naja 500 oder bronze habe ich mir sicher so wenn man dann nachführenden das einfach so du bist unten da komme ich mit zu dich ich bin nirgendwo ich wobe ja gut du bist wieder einer der hinweg hinfort durch die tür in zehn sekunden geht's los wo hast du die spinne her ach du fragst mich Sachen gab da glaube ich mal ist das nicht die teamliga spinne? genau warum hast du ein teamliga team? ich habe kein teamliga team das konntest du damals einfach so machen oh fuck oh ne butscher ist dabei ne komm mal komm mal komm mal ja bei der teamliga da das war ja damals auf der innenwebseite konntest du das machen ja dafür muss ich jetzt mal fünf leute haben ich habe einfach irgendwas ausgewählt gehabt um deine facebook-freunde war das shit 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 ach der turm naja scheiße ey war dumm von mir ich hätte nicht da rein springen sollen nemo an mich nur anspringen leben ich brauche leben wer hat nur am brunnen? hm ich auch pass auf ich tue mich mal kurz zurückporten hier hm ist ok oh na super passt da los hasten? hasten? nein hasten? schade nein der halte halt sich ja deshalb ja gut da ist vielleicht ne fernkampfklasse ganz nice gesundheit ich will jetzt schon stufe 20 sein einfach mal durch den bug ja oh fuck ja das ist problematisch schade oh shit dieser move hat die ne nice oh tschüss wo ist er? weg normalerweise bin ich da sind werden die auch nach der ziel automatisch gewechselt nach einem schuss aber ich habe alle fünf schüsse abbekommen obwohl die da alles in der wehe hatte komm 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 oh lol krass und frei also die hauen unseren menschen runter jaja klar die haben ganz nur bitte was ja die haben ganz nur das normales letztendlich schütztürmer hin und dann ist es gg das ist mies außer ich denke die haben zwei spezialisten mit dem ist auch einer war tatsächlich kugel die kugel die kugel warte ich kann nichts machen hier gerade war jetzt egal noch gar nicht nice bei session auch gut mitmacht schattel Ja, dreckiges Begrutschei. Ja, okay. Da! Äh, hinter dir! Hinter dir! Nein! Nein! Arschloch! Alter, ist doch nicht wahr! Spaß! Diode! So! Mach mal hier oben das Camp hier! Hm, bin unterwegs! Ah, Sylvanas! Die Tyrande! Ähm, mach mal das! Was, ernsthaft? Wow! Oh! Fuck! Oh, was? Warum gingen denn jetzt die Ads auf mich? Oh! Und das gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt hier überhaupt, ne? Ja, hast gedacht, ne? Ich wusste, dass der Scheissschuss kommt irgendwann, ey! Ich werde das nicht wert, das ist reich für Wälder, der muss erlösen! Höllenbrot! Der Medi verfolgt mich! Hehehe! Leben! Nice! Tschüss! Nein! Mein ist Dex! Nein! Verdammt! Schade! Ja! Egal! Wir haben zwei tot! Wir kriegen einen Teil jetzt vermutlich schon! Oh! Ja! Ja! Butcher lebt jetzt wieder! Ja! Nice! Was? Ne, muss ich nicht haben! Ich geh mal schnell damit 10 holen! Jo! Oder wir kriegen halt jetzt so einen Kill oder so! Ne, ich mach das schnell! Fuck! Boah! Woh! Bitteschön! Sehr schön! Haben wir! Nein weiss! Ja! Alter! Boah, pfff! Du hast mir jetzt voll den Arsch gerettet, Alter. Habe ich gerne gemacht. Erstmal wieder so ein Match, wo es richtig... Na? Ist ein schönes Match, das habe ich aber immer, wenn ich kurz vor der Promo stehe. So ein Match. Hey, der Gazelow hier mit seinen ganzen Dinger. Krass. Oh, fuck. Ich gehe weg. Und tschüss. Ähm, musst du aufpassen, die kommen jetzt runter. Hm, ich möchte halt sowieso nicht, ich werde unsichtbar, ne? Das tun wir nicht, ich wurde verknapp. Oh, das haben sie auch nice gemacht. Was? Ich bin jetzt hier, die Ult von... Achso, ja, der hat auch ein Skin, ne? Ja, gut, klar. Ähm, ich gehe mal zurück, da pushen irgendwelche... Hm, mach das. Ja, ganz nur pushen, ich komme, ich komme auch. Na, warte, dann tue ich den von hinten mehr holen. Hm, ich gehe gerade weg, aber ja. Oh, Medivh, ne? Hm. Richtig er... Oh, geil, der ist tot, der ist tot. Lenk Medivh ab. Fahr auf anders hin. Oh, der kommt zu dir. Soll er doch. Komm Medivh, komm, trau dich, komm raus, komm, komm raus, komm. Hier bin ich. Bip, bip. Nice. Nice. Hey, der neue Serratool ist ja mal voll geil, ey. Kann ich nicht behaupten, weiß ich nicht. Ja, also ich meine, die haben die Skills nicht geändert, aber die Talente haben die gut geändert, ey. Ich kann zum Beispiel zweimal springen. Ja, was drückt denn der mir rein? Oh, das ist ja der Wahnsinn. Fuck, den Heiler habe ich schon. What a Mixer. Hm. Oh Gott, ich muss hier weg. He, he, Idiot. Okay, jetzt muss ich komplett weg. Ich habe noch keinen Mann an der Links. Nice. Oh, was? Ach, schon. Ja, aber wir haben den, wir haben den, ist okay. Von Wasser. Ja, Alter, ich war schon aus dem Sternenring raus gewesen und da trifft mich das angeblich noch. Keine Mut, das ist jetzt nicht der Fall. Warum geht denn das Vieh schon wieder um, wenn auch ein Ding da umstellt? Na gut. Ja, gut. Wär der schlechter? Ja, ja. Der chargt mich an. Denkt, der ist aber nicht dran. Dann sprich ich einfach nochmal. Ah, jetzt gehen die runter. Ja. Zack. Da kam die Eule von Tyrannien geflogen. Ich gehe mal hoch zu den Mops. Ne, doch nicht. Ich bleib jetzt hin. Putsche ist auch da. Warte mal. Ich bleib hier. Gleich geht nach oben. Das ist doch nicht wahr, Alter. Oh, ne. Alter, was war denn das? Ist nicht wahr! Dieser Medivh, ne? Mhm. Alter, der ist gerade in seine Rahmengestalt, kurz bevor mein Pfeil ihn getroffen hätte. Wie mies ist das bitte? Ja, ist dem Scheiß mit Medivh, absolut. Okay. Ja, Lilly, das war's für dich. Die Johanna macht den Butcher platt. GG. Die kommen jetzt hier alle hoch. Mhm. Na, ich bin in der Hände an dir. Boah, Alter, der Damage, ey. Oh, scheiße. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, fuck it, ey, wo ist Lilly? Nein, ey, wo ist die doofe Kuh? Oh, ich gehe in der Base. Na, egal, ich habe den. Gut. Ja, wenigstens den Tank, der nervigste von allen. Ich habe zwar Stacks wieder verloren, aber egal. Na, super, muss das denn das da drüben sein? Ja, na, sicherlich. Oh, Gott, die Heilung, die Heilung von der ist hart, ey. Boah, ich bin unterwegs, bin unterwegs. Boah, nice. Am wenigstens gibt es hier noch zwei Heilkugeln. Danke. Ich sehe, jetzt gerade auch keiner stehen, meine Damen könnte, ne? So, jetzt mache ich den Lachs, so. Ja. Was? Ja, die haben oben komplett durchgepusht, deshalb haben die da so ein Superfahrzeug. Ah, hier ist Kotzlo. Gibt's nicht, ey. Oh, shit. Die machen aber auch den Angle-Down, wa? Ja, die haben ja auch den Gatsch, so. Der macht ja 250% mehr Schaden an so ein Vieh. So, fuck. Na, jetzt muss man aufpassen, die kommen gleich. Weiler, lass sie. Ja, siehst du da schon, ja. Nein, Mann. Lass den gut mit Ruhe. Oh, Leute, ich schatt's immer noch. Mir lief. Nice. Weggerippt. Oh, super. Telefon klingelt. Interessiert nicht. Nein, ich geh da jetzt nicht rein. Hört man das nicht, ne? Nö, ich hör nicht. Na, vielleicht eine Aufnahme. Tschüss. Ja, genau. Wir tun das mal. Ja, weg, 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 weg. Nee, muss nicht sein. Habe ich vorhin hast? Ja, hab ich. Nice. Zurück, 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 zurück. Nice. Butchers, blame, blame on me. Nee, Spaß. Wo ist die Silvanas denn? Was macht die denn da? Na, egal, weg hier. Lass mir Engel. Wir hätten locker noch um, dann kriegen können wir der Silvanas, aber nein. Ach so. Ja, 100 Täter lieber dann. Okay. Schließt gesagt. Ja, jetzt geht meine Waller voll ab, ja. Bam, 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 bam. Fuck. Oh Gott, ich bin geschrumpft. Nein. Genau. Oh Gott, weg, 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 weg. Ich hab keine Waller mehr. Ich muss weg. Ich geh top-legged, Klärer kommt wieder klar. Wo ist denn hier überhaupt einer? Nein. Nein. Verdammt. Das hab ich vergeigt. Shit. Ah, der Muradin, der ist auch auf ihn mal richtig scheiße gesprungen. Hm. Was macht denn die da? Schaffen wir nicht. GG Silvanas. Das ist noch reporten. Troller. Ja, zum Glück geht das Ding unten lang und hier oben Oh, ich bin wieder da Ja, haut sie Oh Gott Da musst du schon mal richtig in meinem Kopf stehen hier bei der Die werden jetzt wahrscheinlich das Camp machen Genau da Ja Wie sieht's aus? Oh, fuck Sind alle da? Was? Nein Shit Alter, hat der mich zurückgekloppt Ja, natürlich Und jetzt wieder auf mir Ja Ey, Muradin hat mich zurückgeknüppelt und ich wurde vom Turm gekillt Ja, geil Alter, was war denn das? Warum kann denn der ihn? Das ist die Ulti von dem Die haben sie aber abgeändert, oder? Nein, nein, das ist die andere Er hat einmal den Avatar und einmal diesen Kinnhaken Ja, aber der Kinnhaken war das nicht mal auch eine andere? Nee, nee, das war immer so dieses Rückschlagen Ey, ist das mies, Alter Wieder durch unnützend Dreck gestorben hier Sieht aber ganz gut aus Ja, nee, doch nicht Alter, wer ist denn? Alter, Gaslo zehnmal gerippt, ey Da hab ich auch richtig gefokust den Arsch GG GG Yeah Lief ja doch ganz gut Vor allem richtig spannend, muss ich sagen Absolut, ey, war gut, ey Ja, gut, Johanna Kann man mal machen Kann man mal machen Genau So Wer ist noch dabei? Ich bin nicht aufgezählt Mann Dann gehen wir mal der Johanna den Punkt So Absolut Verlass mal den ganzen Spaß hier Mann, ey Ich hab mir das schon Mühe gegeben Bitte bewerte die Qualität der Verbindung Naja Akzeptabel oder gut Besser gesagt Yay Fast Stufe 9 Ich kann dieses Scheiß Geblitze nicht mehr sehen Bei der Pro-Mode Dann musst du absteigen Dann hast du das Geblitze nicht Ja, super Dann hab ich noch eine rote Scheiße Ist auch nicht besser, ey Gut Nach so einem wunderschönen Match Würde ich sagen Wir hören hier auf Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge Hier war es aufs Tor Wieder Hau da rein Ciao Ciao Outro 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 Bis zum nächsten Mal.